Der Wehrpass vor 1919 Militärpass war in Deutschland ein Ausweisdokument für Wehrpflichtige. Er wurde von den Wehrersatzbehörden in der Bundesrepublik Deutschland von den Kreiswehrersatzämtern ausgegeben und enthielt Daten des Wehrpflichtigen und den Verlauf der Dienstzeit. Ähnliche Dokumente Wurde ein Soldat eingezogen, ersetzte bis 1945 DK Sekunden Soldbuch seinen Wehrpass und diente gleichzeitig als Personalausweis. Bei der Bundeswehr erhält der Soldat einen Truppenausweis, mit dem er sich als Soldat ausweisen kann. Wehrpass in der Wehrmacht Der Wehrpass wurde bereits während der Zeit des Nationalsozialismus nach Einführung der Wehrpflicht an alle wehrpflichtigen männlichen Bürger ausgegeben. Darin wurde die Tauglichkeit zusammen mit weiteren persönlichen Angaben vermerkt. Das Dokument verblieb beim Besitzer und musste benutzt werden, um sich gegenüber den Militärbehörden auszuweisen. Wurde der Wehrpflichtige dann tatsächlich eingezogen, wurde der Pass der jeweils zuständigen Einheit übergeben. Im Todesfall wurde der Wehrpass den Angehörigen zugestellt. Der Wehrpass enthielt folgende Einträge, Angaben zur Person. Umfasste U.A. Vorname, Familienname, Religion sowie den erlernten und derzeit ausgeübten Beruf, Musterung und Aushebung, Reichsarbeitsdienst. Umfasste U.A. den Entlassungsgrund sowie eine Gesamtbeurteilung der Führung. Aktiver Wehrdienst enthielt eine Aufschlüsselung der Zugehörigkeiten zu den Dienststellen des Heeres, der Luftwaffe oder der Kriegsmarine. Des Weiteren wurden hier durchlaufende Ausbildungen, Beförderungen und Ernennungen sowie Orden und Ehrenzeichen aufgeführt. Auch wurden in diesem Abschnitt alle im Kriege mitgemachte Gefechte, Schlachten, Unternehmungen mit zeitlichem Rahmen und Ort vermerkt. Wehrdienst im beurlaubten Stande Wehrpass in der Bundeswehr Aktuelle Situation in der Bundesrepublik Deutschland Heute werden keine Wehrpässe mehr ausgegeben. Die Daten des Wehrpflichtigen werden beim Kreiswehrersatzamt elektronisch in einem Personalsternblatt geführt. Wird der Wehrpflichtige zum Grundwehrdienst einberufen, erhält er einen Truppenausweis, den er nach Ende der Dienstzeit wieder abgeben muss. Dieser wird dann, zusammen mit Erkennungsmarke Bundeswehrführerschein Schießbuch etc. beim Kreiswehrersatzamt bzw. Mobilmachungstruppenteil in den Akten aufbewahrt und wird gegebenenfalls zu einer Wehrübung wieder ausgegeben. Zugleich erhält der Grundwehrdienstleistende einen aktuellen Ausdruck seines Personalstammblattes Wehrpass Wehrdienstausweis der NVA. Das entsprechende Dokument in der DDR war zunächst der Wehrpass, der aber bald vom Wehrdienstausweis abgelöst wurde. Situation in der Schweiz Für die Schweiz siehe Dienstbüchlein Für die Schweiz siehe Dienstbüchlein